Wenn man etwas erzählen will und dabei in die Kamera schauen möchte, aber wofür man eigentlich Notizen oder gar ein Skript bräuchte, gibt es vier Möglichkeiten, das umzusetzen. Möglichkeit 1 wäre ziemlich unelegant, denn man könnte Notizen einfach so vor sich nehmen, drauf schauen, wieder in die Kamera schauen, drauf schauen, wieder in die Kamera schauen. Möglichkeit Nummer 2, die ein wenig besser wäre, wäre, neben die Kamera die Notizen zu hängen, dann neben die Kamera zu schauen und danach wieder den Blick in die Kamera zu richten. Die dritte Möglichkeit wäre, alles auswendig zu lernen und dann in die Kamera zu sprechen. Das Ganze resultiert aber meistens in einigen Fehlern und damit auch in einigen Schnitten. Die vierte Möglichkeit ist wohl die eleganteste, denn es gibt ja noch die Prompter. Und ich habe so einen hier. Diese macht man vor die Kamera bzw. vor das Objektiv, kann dann in die Kamera schauen und trotzdem lesen, was man sich notiert hat. Dieser hier ist wahrscheinlich der Beste in Sachen Preis-Leistung. Den stelle ich euch jetzt vor. Also los geht's. Zu allererst mal kurz ein Disclaimer. Ja, ich habe den Blackfish S kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video, aber mir wurde nicht vorgeschrieben, was ich zu sagen habe, was ich nicht zu sagen habe. Das heißt, dieses Video spiegelt 100% meine eigene Meinung wider. Das zur Transparenz. Hier haben wir ihn, den Blackfish S. Das S steht für die Größe, denn es gibt in den verschiedenen Variationen. Ich habe eben die S-Größe, das ist die kleine Größe. Das hat auch seine Gründe, auf die kommen wir aber später nochmal kurz drauf ein. Außerdem Blackfish S ist in der Verpackung noch eine kabellose Bluetooth-Maus. Diese ist dafür da, um eure Teleprompter-App, wenn sie es denn unterstützt, bedienen können. Das heißt, ihr könnt euer Skript oder eure Notizen hohen und runter scrollen und könnt dann dort lesen, wo ihr denn eben sein wollt. Außerdem ist noch ein Mikrofasertuch dabei, um das Glas eben zu reinigen, wenn es voller Fingerdopsel ist, denn die Durchsicht soll ja immer gegeben sein. Des Weiteren, was ich sehr gut finde, ist ein Ersatzglas dabei. Das heißt, wenn euer Glas zu Bruch geht, warum auch immer, habt ihr hier ein Ersatzglas dabei. Und auch wenn das zu Bruch geht, könnt ihr bei diesem Hersteller das Glas nochmal extra kaufen und müsst nicht das komplette Set kaufen. Zu guter Letzt natürlich die Adapterringe dabei, um euer Objektiv an den Promptter anschließen zu können. Da sucht ihr euch einfach die Größe aus, die ihr für euer Objektiv braucht. In meinem Fall ist es einmal 77 mm und einmal 55 mm. Die Adapterringe sind auch wirklich hochwertig, sind aus Aluminium und ja, machen einen guten Eindruck. Dann wie ist denn so die Qualität bzw. die Verarbeitung des Blackfish S? Er ist natürlich komplett aus Kunststoff. Das ist auch gut so, denn Kunststoff ist leicht. Metall wäre zwar hochwertiger vom Gefühl, aber wäre wahrscheinlich zu schwer für das Objektiv und das wollte ich selber auch gar nicht. Der Kunststoff ist auch dick genug, dass nichts knarzt und nichts wackelt und ja, sich alles eigentlich gut anfühlt, bis auf den Schieber, in den das Smartphone kommt. Dieser könnte ein wenig stabiler sein, der klackert ein wenig, aber wenn ihr ihn in der Mitte anfasst, dann funktioniert das Ganze eigentlich reibungslos. Das Glas wird geschützt durch eine Abdeckung, die auch wirklich präzise gefertigt ist und auch exakt hineinpasst. Diesen schiebt man einfach raus, darunter ist das Glas. Auch das Glas hat eine gute Qualität. Natürlich am wichtigsten ist die Bildqualität durch dieses Glas, auf die kommen wir aber später. Aber man muss auch sagen, die Kanten des Glases sind geschliffen bzw. poliert oder wie auch immer und ihr schneidet euch nicht an den Fingern, wenn ihr darüber fahrt und das spricht für die Qualität des Glases und daran sieht man, dass es jetzt kein Billig-China-Ding ist, sondern wirklich was Gutes. Kommen wir zu Funktionen. Ihr nutzt einfach die Teleprompter-App, die ihr wollt. Da gibt es verschiedene, öffnet diese und macht das Smartphone in den Schieber rein. Dann startet ihr einfach die Teleprompter-App und seht dann auf dem Glas gespiegelt das, was ihr in der Teleprompter-App dann eingegeben habt. Also euer Skript oder eure Notizen. Ganz einfach, in meinem Beispiel ist es einfach nur Test-Test, das ist der Blackfish-S, Teleprompter, Mobile-Check und so weiter. Natürlich, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das Objektiv verbindet ihr wie folgt. Ihr macht einfach den Adapterring an das Objektiv, in meinem Fall 67mm, an meinen Sigma 24mm f1.4 Art und checkt das Ganze dann einfach hinten in den Blackfish-S. Das rastet dann ein, ist auch wirklich stabil, da wackelt nichts, da dreht sich nichts und wenn das dann ganz umdreht, dann schaut ihr durch das Glas auf das Objektiv. So soll es auch sein und so ist es auch. Und ja, was soll ich groß sagen, das funktioniert wirklich gut, einfach und macht sein Ding. Ich habe euch noch versprochen, ich sage euch, warum ich die S-Größe genommen habe. Zum einen, sie ist groß genug, dass ich sie aus einem Meter Entfernung noch gut lesen kann und zum anderen, es ist noch so klein, dass wenn ihr was ablest, die Augenbewegungen nicht wirklich vom Zuschauer wahrgenommen werden können. Natürlich, wenn ihr einen großen Prompt ernehmt, dann sind eure Augenbewegungen von links nach rechts ziemlich deutlich, aber bei dieser Größe finde ich es noch so, dass es nicht wirklich groß auffällt. Wichtig ist natürlich auch, dass euer Smartphone in den Blackfish passt. Das hier ist eine kleine Auswahl meiner Smartphones, die ich testen konnte und davon hat wirklich jedes reingepasst. Egal wie dick, egal wie dünn, egal wie schlank, egal wie was ich was. Aber natürlich, je größer, desto mehr nimmt es dann auch vom Glas ein, das Bild. Das ist natürlich auch von Vorteil, aber am wichtigsten ist, dass es überhaupt reinpasst und das war bei mir in jedem Fall gegeben. Wenn ihr euch Sorgen um die Bildqualität macht, dann kann ich das verstehen, aber ich kann euch auch beruhigen, denn ich habe jetzt aktuell den Prompt auf der Linse drauf und das Bild müsste immer noch gut aussehen. Das Einzige, was der Prompt macht, ist, er klaut euch ein wenig Licht. Aber das ist so minimal, dass ihr es in der Nachbearbeitung ganz einfach reduzieren könnt. Und danach sieht das Bild wieder gut aus. Ich kann auch mal ein Vergleichsbild einblenden. Aber eine Sache muss man anmerken und das ist das Thema Vignettierung, das heißt ein schwarzer Rand um das Bild herum. Diesen gibt es tatsächlich, aber nur wenn ihr sehr weitwinklig seid. Ich bin jetzt auf 24mm auf einem Vollformatsensor und kann die Vignettierung ganz leicht in den Ecken wahrnehmen. Das heißt, viel weitwinkliger als ich jetzt bin, würde ich nicht gehen, denn dann habt ihr tatsächlich leichte Einbußen in Form von eben schwarzen Rändern um das Bild herum. Und nun das Fazit. Was soll ich sagen? Der Teleprompter Blackfish S hat eigentlich keine Schwächen. Er tut, was er soll. Die Bildqualität ist sehr gut. Natürlich, wie gesagt, ein wenig dunkler, aber das ist wirklich gut. Und er ist auch relativ konkurrenzlos in dem Preis. Es gibt ein paar für einen ähnlichen Preis, aber da kommt meistens noch Zoll dazu. Und hier habt ihr noch zusätzlich den Vorteil, dass ihr eben so Sachen wie das Glas einzeln nachbestellen könnt, wenn es zu Bruch geht. Oder die Adapterringe könnt ihr auch einzeln bestellen. Und müsst nicht immer ein komplettes Set kaufen, was dann insgesamt für euch nochmal teurer werden kann. Also ich kann diesen Prompter eigentlich nur empfehlen. Ich werde ihn vermutlich in einigen meiner zukünftigen Videos benutzen. Nicht in allen, aber es gibt doch hin und wieder Videoprojekte, wo dann ein Teleprompter wirklich nützlich ist. Und darauf freue ich mich schon. Ein Link ist natürlich in der Beschreibung, wenn ihr euch dafür interessiert. Aktuell ist der Preis bei 80 Euro, aber der kann sich natürlich immer verändern. Wie gesagt, unten ist der Link. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wir können es dort austauschen, ich kann euch dort weiterhelfen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei MobileCheck und Tschüss.